ja servus leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge project hospital ich bin langsam hier am verzweifeln die leute wollen so viel haben die wollen das ist richtig heftig wir werden gucken dass wir hier noch eine zweite normalstation aufbauen für die patienten dass wir hier auf jeden fall die möglichkeit haben weitere betten zu organisieren das sollte hoffentlich jetzt passen soweit jetzt aus mit dem patienten hier liegt im bett nahrungsmittel umstellung der hat noch ein problem das müsste aber bitte noch gelöst werden angiografie bitte ok das ist soweit in ordnung ok liegt im bett ok gut bezüglich innere medizin ja wir haben ja ein problem einmal so eine überwachungsstation brauchen wir nicht hier mal die sind die restlichen sachen machen dann ist das auch in ordnung der problem der problem mensch ist hier auch hier werden wir wohl noch mal geld kriegen hoffentlich im laufe des nächsten tages ist aus wir kriegen relativ viel geld durch die neuere ein das ist in ordnung wir haben verdammt viel geld ausgeben 41.000 schon wieder das ist wahnsinn das ist nicht so wie geplant patient kollabiert herzoperation bitte sofort bitter blocker die fibrillation langzeit ekg die fibrillation ekg bitte kollabieren ja toll jetzt kollabieren ja alle patienten oder was kann dann sein dass jetzt alle patienten kollabieren kriegt noch mal bitte die sachen die kriegt bitte auch nochmal die sachen hier danke sehr die ist soweit durch die kriegt auch nochmal die sachen die kriegt nochmal sind der kriegt noch mal bitte eine ja es ist nicht wahr es gibt gerne frei bitten für intensivstation ja kommt krankenhausbett ich habe nicht beatmung lebensrettende dingster und den monitor danke dann werden wir hier auch noch mal ein bett aufbauen krankenhausbett wenn wir zwei aufbauen kommt wenn wir schon sowieso schon mal jetzt geld ausgeben dann machen wir das auch komplett bett konsole machen wir auch noch mal fertig danke so dann haben wir hier zumindest nochmal zwei zusätzliche betten die kann auf jeden fall auf die stationäre aufnahme und antibiotika und alles bekommen überwachungsstation nicht so gut das hätten wir dann zumindest haben wir noch mal drei betten und sind zwei zusätzliche betten hier auf der normalstation der inneren wir werden wohl auch noch mal liegen krankenhaus tragen brauchen das ist noch mal das ist nicht normal das ist nicht normal intensivstation ITS mechanische beatmung live monitor und nochmal kreditline na gut heute mal eine kürzere folge wir gucken mal wie es in der nächsten folge aussieht ich hoffe besser die intensivstation ist rappelvoll und von daher schauen wir mal in dem szenen danke erstmal fürs zuschauen ich sag einmal bis dahin servus und tschüss gospel bei zum Bis zum nächsten Mal.